Die letzten zwei Jahre waren wirklich für uns alle sehr sehr schwierig. Umso wichtiger ist es, positiv in Zukunft zu schaffen. Das nächste Stück kann ja genau da fahren. Das macht es für mich absolut. We're going to play for you now, auf Deutsch ist besser. Wir spielen jetzt für euch von John Mennon, Jabb-Chimion, Imagine. Jabb-Chimion 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 Jabb-Chimion